Hallo Leute, heute ist es endlich soweit. Es kommt die große Premiere und ihr werdet unseren neuen Gast sehen, also unsere neue Mitbewohnerin. Und wir zeigen euch unser ganz neues Haus. Und zwar, unsere neue Mitbewohnerin ist Avery. Hi Leute. Ja, sie ist jetzt angekommen auf jeden Fall. Und nicht wundern, dass wir jetzt hier so unsere Klamotten, so komische Sachen anhaben. Und nicht unsere regulären Klamotten, denn wir machen gerade Monschau. Denn wir haben auch ein Catwalk und so. Und jetzt seht ihr erstmal das Haus. So tell me, oh will you believe? So tell me, oh will you believe? So tell me, oh will you believe? So tell me, oh will you believe?